Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Badwars. Mit dabei ist der Misha, der ist zwar gerade gemutet, aber er ist dabei. Der ist auch anwesend und er spricht auch gleich. Hoffentlich. Mö. Aber Erkältung. Erkältungen sind ja erlaubt. Und wir spielen gegen Verdreamt. Fuck die Scheiße. Hallo, YouTube. Hallo, wir müssen schwitzen, Bro. Okay. Verdreamt ist drin. Verdreamt, aber die sind gerade richtig schlecht, Mann. Ich habe viel Gold, aber... Genau shiftet. Ja, ich weiß, der genau shiftet. Ah, jede Witzka. Danke. Ich save lieber mal das Gold bei so einem... Naja, mach mal. Ja, genau. Bei wem? Bei uns? Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ja, ja, ja. Ja, sie sind bei uns. Ja, unser Bett wird weg sein. Als ob schon wieder? Es kann doch nicht sein, Alter, dass sie uns targeten. Ja, sie sind ja nur noch wir. Oh, Digga. Get flawless, Bro. Oh, fuck, Alter. Stimmt, ich habe ja kein Bett mehr und in der Mitte steht ein blauer. Oh shit, diese Kombo, sie war nicht mehr legit. Ähm, hast du einen Eisenweg? Ich werde jetzt Eisen holen. Ich sage dir, wann der kommt. Ja, okay, ich habe Eisen. Nice one. Soll ich die Equip mitbringen oder hast du? Ne, ich muss gerade selber schwitzen gegen Rot. Als ob er nicht kassiert. Oh mein Gott, Alter. Gut, dass ich nur noch wegkriege. AC, alles klar. Okay. Oh man. Ich sollte mir vielleicht Copwebs holen, ich mach wieder den gleich mit, obwohl ich die letzte Runde nicht eins verwendet hab. Holt sich 22 Copwebs oder 20 und verwendet keins davon. Naja, zeugt doch von Skill, ne? Muss man so sagen. Ich hab 12 Gold. Hä, als ob die nicht Gold sind, der ist irgendwie dumm sind, in die. Das lag hier einfach unten in der Mitte. Der dauert sich einfach zurück zu seiner Base hoch und nimmt dann das Gold nicht mit, oder was? Ja, ich hab 12 Gold in der Mitte, ist nochmal neu gespawnt. Doch, die Ambo, die Ambo, die Ambo. Ja, okay, soll ich den mit dem Bau bringen, oder soll ich alles im Schatten für mich machen? Ja, äh, kauf, kauf, äh, ich kauf noch gar nichts. Ja, mach einfach, mach einfach so, mach, mach so wie du meinst. Soll ich dir War Potter bringen, oder so? Ne, passt schon. Wo schießt der mich ab, Armin? Alter, als ob das so eine Runde wird. Weiß nicht, kennst du noch, also ich weiß nicht, ob du den kennst, kennst du Verdreamt? Ja. Ja, gut. War da nicht mal ein 2-5-4-Pudding oder sowas? Hm, der war Mord da. Der hieß vorher Damn Raffi, oder so. Achso, das ist der. Ja, die bauen 1-Stick-Safe, ne? Ach, als ob. Ich hab den War Potter gedroppt hinter dir, ne? Ja. Ja, ich stehe hier relativ safe. Easy. LOL! Was? Double Bow Shot. Easy. 26. Kannst du mir ein bisschen geben? Ich hab eins. Ja, sofort. Ich spreef grad den 1-Stick. Flat Bow, ne? Ja. Und ich hab safe gebaut. Ach, Digga. Als ob das so ein Abfucker 1-Stick auch noch ist. Ja, holt Eisen. Hab ihn nicht getroffen. Damn, I'm hell G, Bro. Achte. Baut die Mauer. Ja, alles gut. Ich hab nochmal 8 Gold. Ja, ich hab 15. Ja, wir machen EP-Stärke. Lass mal beide. Lass richtig schwitzen. Okay. Eisen Shad hab ich ja schon. Warte, soll... Wo ist der andere? Warte, ich geb die hier. Ist zwar nur Level 1, aber egal. Soll ich schon mal eine EP-Stärke holen? Ja, mach mal. Ich bin dabei. Jemand sonst... Ja, okay. Na, die bauen sich ein. Ich hab hier ein Boss-Bow-Base. Ja, hol dir dann Gold für noch ein EP. Die Leute, bring mal Heilungstränke ein. Level 1. Okay. Bring mal Heilungstränke mit. Ja, mach ich. Ich ho gerade also. Ein bisschen low. Wenn du jetzt verreckst, ne? Ja. Ich bring dich um. Komm her, Bro. Also, Stärke und Heilung. Ich brauch Essen. Ich hab kein Essen mehr. Und Essen und die EP, Bro. Easy, easy. Hast du alles. Hast du alles. Gutes Leben. Oder hätten wir ein 13er machen sollen? Nee. Das passt so, glaub mir. Ja, ich trinke jetzt doch Heilung. Sind wir uns zu kritisch? Ich nehm mit. Ich bin der Dienst. Hier, ich schenke euch zwei Holzpicken. Könnt ihr die gebrochen? Gerne. Vielleicht. Wir sind auf jeden Fall Dream Team. Wir verlieren immer das Bett. Ist halt echt so. Wie viele Cockwebs hast du? Ja. Vier? Ach, dann muss ich dir wohl noch welche mitbringen. Ja, vier sind nicht genug. Warte. Ich bring welche. Ich hab jetzt 41. Als ob hättest du mal Schafe gemacht oder so. Nee. Das Gruppe ist besser investiert, ja? Die retten uns. Ich grüße meine Mama. Schreib mir Fair Dreams. Herzlich Glückwunsch. Du wolltest mir doch Cocktops geben. Ach ja, hier. Eins. Bist du fertig? Ich bin ready to slap. Okay, dann go, bro. Oh, ich werd verkacken. Nein, bist drin. Wir halten die denn aus, Mann. Als ob die ganz oben spawnen. Ja, hab Spawntrap. Bin tot. Alles klar. Hab die. Mann. Wie viel Knockback denn noch? Hätte ich jetzt noch meine Rettungsplattform gehabt, ne? Hey, ich hab doch Cockpit in deren Spawn gesetzt. Du musst nur noch eins abbauen. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Die halten so viel aus. Setz dich selber in den Korb, wib so lange. Dann baut es ab. Ja, okay. Mein Schwert ist gleich kaputt. Ja, guck mal. Hätte ich jetzt nämlich Dings gehabt, die Rettungsplattform, wär ich nicht tot. Ich hab eine noch gehabt, ne? Aber ich musste dir unbedingt... Hättst du was gesagt? Die Rettungsplattform... Denk dran, du hast einen halben Stack Cop-Hipps. Doch. G zu dem... dem... G. G. So. Ja, nice Runde. Ja, schau bei mir Misha vorbei. Hat auf jeden Fall mehr Abos verdient. Macht geile Videos. Jetzt darf ich nicht... Jetzt darf ich nicht... Ich, jetzt, ich... Ey, nee. Wir sind nicht mehr zu ihr... Wir sind... Die haben... Misha? Hm? Die haben gerade geschrieben, jetzt dürfen wir nicht mehr zu deren Hochzeit. Oh. 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 Wer hätte das geschrieben? Verdreamt. MSG? Ja. Okay. Okay. Okay, jetzt sind wir traurig. Ja. Ja, wie gesagt. Schaut bei ihm vorbei. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn ihr mehr mit ihm sehen wollt. Und ja. Bis zum nächsten Mal und... Tschö mit dir. Tschö mit dir. Tschö mit dir. Tschö mit dir. Tschö mit dir.